Servus meine Freunde, willkommen zurück bei The Forest. Wir zeigen weiter, beim letzten Part haben wir nicht viel gebaut, wir müssen ja wieder hinlaufen zum neuen Spawn-Location. Auf jeden Fall geht's weiter, ist hier schon richtig krass, das sind ein Haufen Tiere. Und stirb! Ja genau, nehmt den Stock auch noch mit. Ey, das ist ja geil, wir haben ja noch alles. Super geil, glaube ich mal, wir werden noch alles haben, aber ja. Gut, und zwar geht's darum, ich möchte jetzt eine kleine Festung bauen, schon mal, dass es schon mal etwas geiles ist und nicht gleich ein Haus anfangen. Dafür brauchen wir erstmal gute Bäume. Ich möchte ja nicht die Bäume hier abbauen, was hier um mein Haus ist, die will ich gerne lassen, hier müsste noch so ein Speer sein, genau. Dann machen wir jetzt wieder so, weil ich mir die... Ah, 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 warte mal. Jetzt kommen wir kurz hier raus. Ähm. Ah, ne, ach, reicht der Mausklick. Zack, zack. Geht doch, komm. Super. Gut. Dann gehen wir mal etwas weiter weg. Und reißen die Bäume einfach wieder hinten ab. Ähm. Ja, ich denke schon, komm. So, das möchte ich abbauen. Ich muss auf jeden Fall noch ein paar Themas raussuchen, um welche Thema ich ansprechen könnte. Ähm, das ist gut, weil ich den nächsten Part raussuche, die besten Themen. Ihr könnt auch gerne Vorschläge, was ich in den nächsten Video ansprechen soll. Wie bei Watch Dogs. Einfach mal ein bestimmtes Thema. Da habe ich noch so ein bisschen meine Probleme. Aber ich bekomme, weil ich hoffe, ich bekomme es noch einen Griff. Baum fällt. Ihr Schweine. So. Ah, scheiße. Wir haben nicht mal eine Mauer gebaut. Egal. Solange die bösen Menschen nicht kommen. Weil ich mag die nicht. Ich mag die nicht. Ich mag die überhaupt nicht. Das sind böse. Der Mann Sohn. Bestimmt gefressen. Der Mann Sohn ist tot. Vielleicht mal gespannt. Ist man Sohn jetzt wirklich tot oder lebt er noch? Das weiß leider keiner von uns. Nicht mal ich weiß es. Fangen wir von hier an. Ah ne, die laufen ja durch die Bäume durch. Da. So. Oh, etwas schräg. Aber egal. Schulz. Da ist ein Haufen Viecher. Das ist so geil. Hä? Hier war noch einer. Da ist er. Hier ist der Salamander. Nein. Wo ist denn der jetzt? Stubb. 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 Christ du Mörder. Oh. Oh oh. Oh oh. Ey, sui, sui, sui. Ich wollte echt nicht solche Freunde töten. Ich muss doch überleben. Ja, ich muss hier was überleben. Die Wix haben hier was gebaut. Hey, das ist doch die Jacqueline. Hey, wie geht's dir denn? Oh shit. Wir haben mal ein Spawn Location gefunden. ne? Ey, bist du eklig. Der Kopf schon halb angefressen. Hä, wo sind die denn jetzt? Da hinten. scheiße man war es jetzt nur einer ich würde einfach zack zack töten aber es sind zwei und wir sind noch nicht richtig ausgestattet 1 brauchen wir noch die weg von uns super dass das salamander klitscht durch den baum durch den baum und durch den baum durch das salamander ist in dem baum drin und lauft da hoch habe ich nicht schade auch egal so sind sie weg gut mussten den baum stämme noch mal ich hab's vergessen ich weiß nicht wo ich den komisch egal ja da vorne liegt was aber ich bin nicht sicher ich denke das ist nur so ein stock zack 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 das muss viel schneller gehen baum fällt doch nicht aber jetzt ja komm komm zu daddy das geräusch nervt immer ne spaß ich find's cool da ich hab mein haus verloren aber ich hab's nicht mehr gefunden sagt man mal so ich hab den mauer scheiß hingestellt scheiße egal scheiß drauf wie kann ich denn rennen weiß einer von euch wie man ins spiel rennen kann ich weiß es echt nicht was stellen die über diese scheiß sachen ja stimmt wir hatten doch im letzten tag glaube ich ihr haufen doch die ganzen scheiß arme und beine glaube ich gehabt oder ja die haben wir jetzt auch nicht mehr wie es so aussieht ich find's auch so scheiße wenn die sache verschwinden ne das ist so nervig ok zum glück hatte ich noch nicht viel aber ist schon wie gesagt nervig wenn man sachen sammelt dann ist alles wieder weg das ist scheiße man ich weiß echt nicht wo ich die vorliebe ah doch da hinten sind sie da hinten sind die baumstämme doch so eins haben wir das nächste nebenan diesmal drückt die ehrtaste so mach mal einfach so ist es jetzt sicher naja ich hab ja keine baumstämme bei den haufen stöcke rum das gefällt mir so richtig krass gerade halt die location ist der hammer haufen stöcke müssen auch in den wald das ist doch hammer hier meine freunde tot besser geht's doch nicht hier erst mal was klauen von denen alles meins hier meine koks was war das was war das scheiße ach ich will gleich mal hier was essen machen nachher sterbe ich hier noch mr hd flüge ist tot weil er es gegessen hat das ist doch scheiße ich denke ja mit feder kann man bestimmt zum feilen bogen bauen ich weiß nicht ich habe so ein komisches gefühl dafür was denn dann feder gut habe ich welche eigentlich schade aber trotzdem und was denkt ihr ich denke schon feder fallbogen ich denke schon ich bin es nicht hundertprozent sicher aber ja ich nehme erstmal das hier das normale wohl machen wohin mach ich denn das am besten was ist auch hier so und schmerz drauf wo ich denke gerade ist jemand komm es muss viel schneller gehen super fische kann man auch fangen das ist super wir haben vielleicht ein see das ist doch echt geil man auf jeden fall richtig geile location so ich habe vorhin auch ein paar baumstämme gesehen da hinten was ist das für ein baum hey was ist das für ein baum geht gar nicht schade das los geht's wo wo was waren das das gehört zum komischen geräusch so auf jeden fall richtig nice so nein 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 so viele tiere rum das ist alles nicht voll geil ich muss schon sagen das spiel in den wies sehr starken minecraft es gibt kein ende ich denke in diesem spiel gibt es auch kein ende ich weiß nicht wann man sein sohn findet oder tut man sein sohn doch finden ich weiß es nicht ich weiß beim minecraft gibt es den endgegner den endrache aber da muss man auch erst mal suchen muss man die ganzen ender pellen und ender pellen ich schätze teil da heißt das was ich meine kugel mit den augen drauf was mit ender aus mit ender noch was ja das aus und punkt klar man kann schieten aber ich bin ja wenn man so die sachen selbst kräfte samm baut dann macht es auch besser mehr spaß habe ich dir erlaubt habe ich noch einen baumstammchen wohl liegen das ist jetzt so aus egal ich bin fertig oder ja super falsch also schöne wand mal hier einbauen so bis hinterher rein Ich hasse die Viecher, ey. Chris, das sind doch keine Viecher, du Volletiot. Sonst haben wir bestimmt diese Scheiß-Sachen aufstellen. Das ist nichts, geht weiter. Oh, der hat Angst. Die haben Angst. Boah, können die rennen auf einmal? Da hinten liegt jemand auf dem Boden. Oder sitzt jemand auf dem Boden? Ich laufe mal ganz vorsichtig hin. Und gucke mal. Ja, da haut ihr mal auf dem Boden. Da seht ihr das? Jetzt steht da auf. Ich glaube, der ist hingeflogen. Hey, was war los? Hey, der war ne... Ja, war es am Boden. Jetzt kommst du wieder zurück. Die Scheiß-Wichser, ey. Ich schwöre. Ich stelle über diese Scheiß-Sachen auf. Das regt mich voll auf. Da oben ist ein Baumstamm. Glaube ich mal. Geh kaputt, Mann. Hey, ich hoffe, ich gebe es einfach so eine Motor-Säge. Geht doch viel geiler, Mann. Ich schläge auf den linken Baum drauf, aber ich mache den rechten Baumstamm kaputt. Ja. Einfach nur hammergeil. Dazu muss ich, glaube ich, ja nichts sagen. Ja, welchen Baum schon mache ich jetzt denn hier kaputt? Den linken oder den rechten jetzt hier? So, der ist schon mal kaputt. Das sind ja Stöcke, ey. Das ist ja scheiße. Wow. Scheiße. Ob dran dieses Moment echt nicht aufgepasst? Eigentlich war ich ja tot, aber... Hey, ich bin Mr. HD-Flash und habe hier so eine unsichtbar... Ah was. Ich habe Ah was, was unsichtbar ist. Das sieht doch voll cool aus, oder? Das hat so Stil, finde ich. Yo, 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 yo. Jetzt sieht aber auch ein bisschen albern aus. Das sieht doch voll scheiße aus, Mann. So, da hinten lauft jemand. Zwei... Aber nicht zu meiner Richtung. Also super, jetzt nervt mich voll. So. So. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Was wir machen können, ist nebenbei... Kurz. Ähm, nee, das will ich noch nicht. Ich muss lesen. Huuuuh. Fuck. Fass auf meine PS4-Genossen. Scheiße, fast, ey. Ich habe dran in den letzten Minuten nochmal den Kopf hochgezogen. Ja, ja. Ähm. Ja, scheiße. Was kann ich mit den Stöcken alles bauen? Ich weiß, keine Ahnung. Kann ich das in Wasser reinstellen? Was ist denn da Baumstimme drin? Wo ist denn der andere? Da waren noch zwei. Ah. Okay. Ich habe schon alle beide. Das macht einfach so ein Disco. Disco, Disco, Disco. Boah, auf jeden Fall Fenster. Das ist für mich sehr wichtig. Genau, ich habe keine Stöcke mehr. Das ist halt kein Problem, weil wir denen echt so viel rum. Noten machen wir das hier noch kaputt. Mit dem Stein. Yes. Ich denke gerade, hä, ich würde mich verarschen. Noch eins. So, jetzt brauche ich eins. Liegt aber keins rum. Ist doch immer typisch. Da ist einer. Bekomme ich echt jedes Mal nur zwei raus? Ist doch scheiße. Okay. Weil unter Wasser geht es nicht. Schade. Man kann es ja mal probieren. Daher. Gut. Und ich will jetzt sagen, meine Freunde, ich gehe jetzt speichern. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in den nächsten Part wieder. Das heißt vielleicht morgen oder was weiß ich wann. Ich denke schon morgen. Aber ich muss jetzt noch Watch Dogs aufnehmen, ein bisschen Minecraft. Und wieder ein paar GTA 5 Videos für euch. Ich denke bestimmt, dass ich heute noch Watch Dogs hochlade. Ich muss mal schauen, wie ich es jetzt mache. Ich hoffe nur. Gehen wir mal kurz schlafen. Was wollte ich gerade sagen? Ich habe es vergessen. Scheiße. Ihr wisst ja was. Wir machen noch zwei, drei Minuten. Und zwar geht es darum. Ich möchte noch kurz die restlichen Baumstämme holen. Aber ich weiß nicht ganz genau. Nachher sind sie weg. Und dann bin ich sauer. Chris, warum bist du sauer? Also ich finde die Mauer schon mal richtig cool. Ich weiß nicht warum. Mir gefällt sie. Ah, Feder. Schnapp zu dir. Yes. Ich hatte vorhin sehr viele Baumstämme. Der vorn hat zwei. Rechts ist noch eine. So, genau. Ich habe dann Spielfehler. Das sind ja nur ein paar Menschen. Aber das sieht so hässlich aus. Das ist ein Fehler. Verdammt hell. Egal. Da vorne sind welche. Ich überlege gerade, ich will sie töten sollen. Ne, ne. Lassen wir sie lieber. Du musst sie einfach mal ignorieren. Wissen Sie, was ich eigentlich machen könnte, ist... Ne. Komm, ne. Mach mal später. Ich will gucken, ist die alleine? Ne, sind zu zweit. Okay, ich bin ausgestattet, aber... Ne, lassen wir es lieber. Das geht überhaupt nicht. Das ist alles nur ein Fehler. Schade. Man kann es auch probieren. Ich denke, es wird eh nicht gespeichert. Ich habe welche gefunden. Vielleicht zwei Stück, drei Stück. Meine Axt ist weg. Oder meine Steinachs. Ich würde es, glaube ich, nicht überleben, meine Freunde. Aber ich gebe mir Mühe. Meine Schutzklamotten sind auch schon kaputt. Ah, mein Feuer ist bestimmt aus, oder? Ah, vier Stück cool, Jumal, was ist denn das? Scheiße, ich stirb hier, auf jeden Fall. Stopp, Pause. Scheiße. Scheiße, ich stirb. Aber da, vier Stück. Leute, es wird hart. Oh, die Frau ist ja richtig mutig. Ich bin tot, oh mein Gott. Ich bin tot. Oh mein Gott. Ich bin tot. Ah ja, stimmt ja. Ich wollte ja noch ein Fiskam einbauen. Das mache ich erst, glaube ich, erst bei Part 10. Ich hoffe, ihr seid ja nicht böse. Äh, okay, wir sind tot. Das ist scheiße. Ich werde es mal gleich bänden und nicht weitermachen. Man merkt es, ja. Ich hoffe, das haben wir jetzt nicht gehört. Da ist noch ein Koffer. Nehmt das, ihr Füchse. In der Höhle liegen Haufen, ähm. Koffer rum. Ich klau nicht schon Koffer, hey. Es reicht doch schon, die meinen Sohn geklaut haben. Ehrlich, hey. Ist doch scheiße. Ich frage mich echt wirklich. Was bringt der Tennisball? Boah, wenn der ist jetzt runterfliegt, bin ich tot. Okay. Gehen wir mal weiter. Ich könnte ja auch die Taschenlampe benutzen, aber ich möchte sie nicht, weil mein Problem ist, ich bekomme die ja nicht mehr aus. Ist das mein Sohn? Scheiße, man. Da hinten sind welche. Ich sage es echt ungerne, aber wir haben jetzt die Arsch gerade. Was wollte ich eigentlich vermeiden? Jetzt sind wir tot. Ja, das war's. Zum Glück haben wir gespeichert. Und ja, auf jeden Fall in den nächsten Part sehen wir uns, meine Freunde. Haut rein. Chris, peace.